Willkommen zum Video von EDT, EDT Training. Du findest mehr Informationen dazu im Blog. Und zwar waren das zwei Zeitzonen, einmal die 15 Minuten mit zwei Clean & Press mit dem Sandbag, 60 Kilo Sandbag und Gorilla Rose, dann 5 Minuten Pause und drei Sandbag Squat kombiniert mit doppeltem Kettbezimmer. EDT hat dann wirklich den Vorteil, dass man weiß, okay, dieses ganze Training dauert 30 Minuten. Und man kann es gut strukturieren. Das Training war nicht super schwer, aber es hat dann auf Dauer ganz ordentlich reingehauen. Ich glaube, ich bin bei 11 Runden rausgekommen und bei 14 Runden. Das ist ein ordentliches Volumen, wenn man es ganz mal zusammenzählt. Also wenn du mal die Möglichkeit hast, mehr Informationen findest du da im Blog zu dieser Trainingsform EDT. Und einfach mal ausprobieren und kombinieren zwei Übungen, die im besten Fall gegenläufig sind. Ich wünsche dir viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.